Da kommt mir immer dieses Bild von einem Segler vor Augen, der im Atlantik auf einen schweren Orkan zusegelt. Und sein Mitsegler ihm sagt, hey, du, wir fahren auf einen schweren Orkan zu. Und er sagt, ja, ich weiß, jetzt sollten wir nicht den Kurs wechseln. Ach nee, ich möchte noch die Sonne genießen, bevor wir da reinfahren. Kannst du mir mal die Sonnencreme greben? Meist werden solche Kapitäne nie wieder gesehen. Erkennen ist krasser als Tun. Ich bin überzeugt, dass Klarheit der Schlüssel zu sich selber ist. Mein Name ist Jan und mein Podcast hat zum Ziel, dich zu inspirieren, dein Leben und dein Business noch reicher und klarer gestalten zu können. Dafür gibt es bei mir Solo-Folgen und Gespräche mit interessanten Gästen in meiner Show. Ich wünsche dir viel Inspiration und Freude mit dieser Podcast-Folge. Moin aus Hamburg, hier ist der Jan. Und heute möchte ich mit dir über Erfolg und Misserfolg sprechen. Inspiriert haben mich die Nachrichten von all den Menschen, die gerade ein Urlaubschaos anrichten. Und gleich zu Beginn starte ich mal mit einem Klugscheißerspruch. Erfolg hängt vom eigenen Mindset ab. Bäm! Ja, Konsum oder jetzt in den Urlaub fahren und Misserfolg hängt wirklich zusammen. Denn es ist die Art, wie du denkst, die dich ja handeln lässt. Die Frage ist, hast du diesen Urlaub, den Konsum und so weiter verdient? Oder hast du mehr in deinem Leben verdient? Nein, das wird keine Chaka-Chaka-Folge, ganz im Geekteil. Hast du dein Leben so verdient? Dein Kontostand, dein Leben, dein Job? Oder bleibst du weit unter deinen Möglichkeiten? Wenn dir klar wird, dass du mehr verdienst, als du dir gönnst oder auch gönnen kannst, dann wird das etwas in dir erwachen. Also etwas, was dich so richtig antreibt. Und warum ist der Gedanke gerade jetzt so wichtig? Weil es jetzt der Zeitpunkt ist, sich zu hinterfragen und gut für die Zukunft aufzustellen. Corona wird uns alle noch sehr lange beschäftigen. Auch wenn gerade viele Menschen davon nichts mehr wissen wollen. Das sind übrigens auch die Urlaubsfahrer. Fakt ist, ja, es gibt Lockerungen und ja, wir freuen uns darüber. Aber die Folgen für die Wirtschaft sind noch gar nicht absehbar. Im Moment werden wilde Zahlen veröffentlicht, wie viele Unternehmen zum Herbst diesen Jahres pleite gehen werden. Was wird sein, wenn du in so einem Unternehmen arbeitest? Und solange du kein Beamter bist, ja, genauso wenig wie ich, schwebt die Gefahr über uns allen. Und das ist keine Angstmacherei. Es ist einfach mal nüchtern ausgesprochen. Als Coach sehe ich es als meine ethische Pflicht, dich darauf hinzuweisen. Ich habe, ja, ich habe schon oft gesagt, dass die überwiegende Mehrheit der Menschen erst handelt, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Du hast jetzt die Möglichkeit zu entscheiden, ob du warten willst oder jetzt investieren möchtest. Ich sage investieren, weil es genau das ist. Die alte Börsenweisheit, investiere, wenn die Kurse fallen, gilt ganz besonders in unserem alltäglichen Leben. Wenn du fühlst, dass etwas in deinem Leben nicht stimmt, dann ist es jetzt die Zeit, dich von deiner Couch zu erheben und dich anders aufzustellen. Und das ist natürlich aktuell nur eine Theorie, wenn ich das so sage. Es wird erst zur Praxis, wenn du es auch tust. Die Praxis sieht gerade nämlich etwas anders aus. In Zeiten der Verunsicherung hält der Großteil der Menschen ihr Geld zusammen und sie sagen sich, ich gönne mir jetzt noch einen Urlaub, bevor ich das nicht mehr kann. Und da liegt der Denkfehler, wie gesagt. Die Börse spiegelt sehr gut wider, wer erfolgreich ist und wer nicht. Bei fallenden Kursen bekommen viele Anleger Angst und sie verkaufen, nur um dann nach der Krise darüber zu jammern, wie viel sie verloren haben und sie ärgern sich, dass andere mehr Gewinn denn je gemacht haben. Und alles liegt am Mindset. Die Erfolgreichen haben einzig und allein kluge Entscheidungen getroffen. Und wo ich gerade beim bösen Thema Geld bin. Der vermeintliche oder das vermeintliche Fehlen von Geld ist der häufigste Grund, warum Menschen ja nicht in sich und ihre Zukunft investieren. Weißt du, wenn du jetzt kein Geld hast, wirst du es auch in Zukunft nicht haben. Dein Kontostand hängt absolut davon ab, wie du denkst und handelst. Und weißt du, was eine echte Sünde ist? Wenn du merkst, dass dein Leben mehr zu bieten hat und du trotzdem mit dem alten Trott fortfährst. Viele haben so eine Postkarte zu Hause, auf der steht Kämpfe für das, was dir wichtig ist. Und das Problem bei diesen Postkarten ist, es fehlen immer wichtige Infos. Denn wenn du nicht genau weißt, was für dich wirklich wichtig ist, kämpfst du für so einen Urlaubstag oder 3% Gehaltserhöhung oder so ein totalen Luxusurlaubauto oder was auch immer. Im Leben ist es entscheidend, genau zu wissen, wofür es sich zu kämpfen lohnt und wofür nicht. Ich werde nicht müde zu sagen, wer ist der wichtigste Mensch in deinem Leben? Mit wem lebst du 24 Stunden sieben Tage lang zusammen? Ich kann durchaus verstehen, dass gerade in der heutigen Zeit alles ja unsicher erscheint. Wir bekommen zum Teil völlig widersprüchliche Informationen und das macht schon was mit einem. Doch ich müsste nicht mal Coach sein, um dir eine Wahrheit zu sagen. In Krisen senken viele Unternehmen, gerade kleine Unternehmen, ihre Preise. Und das ist völlig verkehrt. Sie sollten sie erhöhen. Ich gestehe, diesen Fehler habe ich auch begangen. Ich wollte in der Krise so vielen Menschen helfen, wie es nur geht und habe meine Preise um 50% reduziert. Ich Depp. Das Ergebnis war, keine einzige Buchung, nix, niente, nada. Da hatte ich mir in meiner kleinen Weltenretter-Attitüde was vorgemacht. Meine Gedanken waren, jetzt wo die Krise ist, werden viele Menschen mal über ihr Leben nachdenken. Denn Zeit haben sie ja genug. Und dann mache ich ihnen die Entscheidung leichter, mal zu mir als Coach zu gehen. Was für ein Unsinn. Da habe ich mich schon selbst gelingt. Ich hätte meine Preise sogar um 70% reduzieren können. Das Ergebnis wäre das gleiche gewesen. Warum? Die Wirtschaft spiegelt nur das Denken von uns Menschen wider. In einer Krise senken viele nämlich ihren Selbstwert. Das Ergebnis ist genau, sie bekommen noch weniger als zuvor. Denn hinter dieser Senkung steckt ja ein Glaubenssatz in uns allen. Katharina Pommer hat das sehr deutlich gesagt. Das englische Wort für Glaubenssätze ist Believe. Und da steckt das Wort Lie, Lüge drinnen. Wir alle belügen uns, so gut wir können. Ich hätte an die Börse denken sollen. Und so hält der Rohstoff Geld viele Unternehmer und Privatmenschen davon ab, ihr Leben zu verbessern. Das ist ein Gedanke, der mir nicht fremd ist, aber auf mich befremdlich wirkt. Als ich für mich erkannt hatte, dass mein Leben mehr zu bieten hat, habe ich in mich investiert. In meinem erstes Coaching meines Lebens. Drei Tage am Stück für netto 10.000 Euro. Genau. Nur drei Tage. Hatte ich das Geld? Aber nein. Wenn ich da mal 10.000 Euro übergabt hätte, wäre ich niemals auf die Idee gekommen, zu einem Coach zu gehen. Wie gesagt, wir gehen ganz häufig erst zu einem Coach, wenn das Kind im Brunnen gefallen hat. Wo ist? Ich habe die Summe über Jahre in monatlichen Raten von mindestens 250 Euro abgezahlt. Und doch hat sich mein Invest in mich bis heute mehrfach ausgezahlt. Ich lebe meine Berufung mit allen Tiefen und Höhen. Diese Baustelle ist definitiv für mich abgeschlossen. Seitdem habe ich einen fast sechsstelligen Betrag in mich investiert. Und ja, das kostet Geld und ist gleichzeitig eine Investition in mein Leben. Ich möchte keine dieser Investitionen missen. Stimmt. Ich lebe nicht in einer Villa. Und ich fahre kein Luxusauto. Doch ich lebe eine größere Freiheit als viele andere Menschen. Und das war mein Ziel. Und ich bin es mir wert, so zu leben, auch wenn es bedeutet, dass ich auch mal schlaflose Nächte erlebe. Ich bin über mein Mindset sehr dankbar, dass ich für mich erkannt habe, was mich glücklich macht. Und diese Freiheit hat auch mit einer Verpflichtung zu tun. Niemals aufgeben. Das ist ein weiterer Punkt, der Erfolg und Misserfolg unterscheidet. Wer was anderes in seinem Leben erreichen will, als das, was er hat, muss, ja, ich sage, muss, eine Verpflichtung mit sich eingehen. Wenn du nicht dazu bereit bist, dann hör auf, deine Zeit mit dem Streben nach deinem Erfolg zu vergeuden, denn du hast ja genau das, was du willst. Da du aber meinen Podcast hörst, weiß ich genau, du bist ganz kurz davor, diese Verpflichtung mit dir selber einzugehen, um den nächsten Schritt zu machen. Wenn du deinen Erfolg erreichen willst, dürfen gewisse Glaubenssätze, wie ich habe kein Geld, ist mir zu teuer, Urlaub ist wichtiger, nicht gelten. Denn ansonsten hältst du dein Geschenk an diese Welt zurück und das ist wahrlich egoistisch. Ich habe eine Karte an meinem Bett hängen, auf der steht, steh auf, die Welt braucht dich. Und das Gleiche gilt auch für dich. Ich möchte dir hier einen kleinen Trick aus der Mental-Coaching-Ecke geben, der eigentlich kein Trick ist. Es ist nur ein Trick, wenn du es als reines Coaching-Tool siehst und nicht mit der Welt in Verbindung bringst. Also, behandle dich jeden Tag so, als wenn du schon Millionen in dich gesteckt hättest. Überprüfe dein tägliches Leben und handeln darauf, ob es deinem wertvollen Leben auch gerecht wird. Und jetzt kommt die Brücke zur Welt. Hast du einen teuren Anzug oder ein teures Kleid? Hast du mal eine wertvolle Uhr gehalten oder besitzt eine oder in einem super teuren Auto gesessen? Warst du schon mal so in so einem alten Schloss, so mit Marmor und vergoldeten Wänden? Wie hast du dich dort gefühlt und wie behandelst du die Dinge? Knüllst du deinen wertvollen Anzug in die Ecke? Mit Sicherheit nicht. Auch hier erkennst du Menschen, die wirklich erfolgreich sind und die anderen. Wer Werte nicht schätzt, dem fehlt ein wichtiges Puzzlestück im Leben. Und wenn du von dir ausgehst, dass du Millionen in dich investiert hast, wird sich deine Art, mit dir umzugehen, ändern. Erfolg hat zu 80% mit der mentalen Einstellung und nur 20% mit deinen Fähigkeiten zu tun. Wenn du dich für deine Zukunft wirklich besser aufstellen willst, dann darfst du jetzt, heute ist ganz viel jetzt, dann darfst du jetzt nicht dem Mainstream folgen, der da vor Angst sich verkriecht oder so tut, als wäre diese Krise schon vorbei. Ich war wirklich entsetzt über die Menschen, die gerade in den Urlaub gefahren sind. Also, damit wir uns verstehen, nicht weil wir gerade diesen Virus haben, da kann man sich ja selber schützen, wenn man achtsam ist. Nein, ich war entsetzt darüber, dass diese Menschen die Zeichen der Zeit nicht erkannt haben. Anstatt jetzt sich vorzubereiten und die zeitlichen Möglichkeiten zu nutzen, vergeudern sie alle ihre Zeit, nur um am Ende des Jahres vor riesigen Problemen zu stehen. Da kommt mir immer dieses Bild von einem Segler vor Augen, der im Atlantik auf einen schweren Orkan zusegelt und sein Mitsegler ihm sagt, hey, du, wir fahren auf einen schweren Orkan zu. Und er sagt, ja, ich weiß, jetzt sollten wir nicht den Kurs wechseln. Ach nee, ich möchte noch die Sonne genießen, bevor wir da reinfahren. Kannst du mir mal die Sonnencreme reiben? Meist werden solche Kapitäne nie wieder gesehen. Du hast jetzt die Chance, in deinem Leben zu arbeiten oder an deinem Leben zu arbeiten. Du hast jetzt die Möglichkeit, also du hast viel mehr Möglichkeiten als am Anfang des Jahres. Gerade durch gesamte Digitalisierung, die auf einmal da auftauchen. Wenn du wirklich etwas in deinem Leben verändern willst, also du endlich mal in deinem Leben ankommen willst, dann ist jetzt die Zeit. Stell dich für die Zukunft auf. Vielleicht steckt ja ein Unternehmer in dir und du weißt es noch gar nicht. Oder vielleicht hast du die zündende Idee für dein Leben, aber du siehst den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und vielleicht solltest du einen völlig anderen Weg gehen, als du gerade rational denkst. Nimm dir doch mal ein wenig Zeit und schreib mal deine dich limitierenden Beliefs auf. Und dann verbrenne diesen elenden Zettel und sage dir, jetzt ist die Zeit, sich kluge Gedanken zu machen und zu handeln. Dann wirst du richtig gut dastehen. Wenn die anderen braun gebrannt jammern und die Scherben dieses Jahres aufheben. Wenn du heute anfängst, an deinem Leben zu arbeiten, jeden Tag, dann wird deine Zeit kommen, in der du am Strand liegst. Und zwar in Ruhe und in Frieden, weil ja die anderen alle wieder in ihrer Schockstarre von Anfang des Jahres waren. Und dann kannst du sagen, hey Leute, ich habe da was für euch. Ich kann euch helfen. Denn im Herbst, ja im Herbst werden sehr viele Menschen an einem Punkt kommen, an dem sie sich entscheiden müssen. Gebe ich auf oder gebe ich jetzt alles? Und es wird dann sehr unsicher sein, ob alles geben dann noch reicht. Spätestens im Herbst werden nämlich viele Unternehmer am Rande des Abgrunds stehen. Da muss man nicht mal ein Zukunftsforscher sein, denn die Gastro und die Kultur haben das zum Teil heute schon hinter sich oder sie stecken noch mittendrin. Wer mit offenen Augen durch das Leben geht, der sieht die Zeichen der Zeit. Viele Menschen verschließen nur ihre Augen davor. Sei du jemand, der erkennt. Werde zu deinem eigenen Fan. Stell dir dein Wunschleben vor. Verinner dich es. Und ja, ich weiß, das ist manchmal gar nicht so leicht. Ich war selber an so manchem Punkt in meinem Leben, da erschien mir alles so unendlich sinnlos. Ich habe Zeiten durchlebt, da habe ich drei Tage lang von einer Dose Ravioli geliebt. Und nein, das ist keine Übertreibung. Und ja, am Anfang habe ich mir auch gedacht, wie soll ich mir das denn vorstellen? Ja, mein Konto spricht da eine ganz andere Sprache. Ja, wenn man am Boden liegt, erscheint noch der kleinste Hügel wie ein Achttausenderberg. Das habe ich selber erlebt und daher darf ich das auch so sagen. Denn als ich in diesen Zeiten angefangen habe, an mich zu glauben und am Ende ist es auch der schwerste Weg, also als ich anfing an mich zu glauben, erst da kamen kluge Lösungen in mein Leben. Und ich fand auch die richtigen Coaches und Begleiter für mich. Niemand verlangt von dir, dass du deinen Lebensruder allein rumreißt. Also, wer willst du in sechs Monaten, in einem Jahr, in drei Jahren sein? Erst, wenn du das klar benennen kannst, kann der Teil deines Gehirns wirklich daran arbeiten, damit du auch dieses Ziel erreichst. Ansonsten wird es weiter auf Arbeitsaufträge deinerseits warten. Sag dir jeden Tag, auch wenn deine Realität gerade anders ausschaut. Sag dir jeden Tag, ne? Sag es dir jeden Tag, auch wenn deine Realität gerade anders ausschaut. Gehe diese Verpflichtung mit dir ein und investiere deine Zeit und deine Kraft in dich. Und ich möchte dich dabei unterstützen. Sag mir, welches Thema dich gerade beschäftigt, was dich auffällt. Und ich mache einen Podcast oder sogar mehrere darüber. Oder sag mir, was du brauchst. Vielleicht möchtest du hier auch kein Einzelcoaching, sondern vielleicht auch mal eine Gruppe, so eine Art Mastermind. Mach ich mit dir und allen, die das brauchen und wollen. Ja, du brauchst vielleicht noch einen zweiten Coach, der aus einer anderen Richtung als ich komme. Machen wir. Ich kümmere mich drum. Es ist alles möglich heutzutage. Du musst es nur sagen, was du willst. Und wenn du nicht mit mir reden oder arbeiten willst, dann such dir in deinem Umfeld die Menschen, die ähnliche Träume haben wie du. Arbeitet miteinander. Ein halbes Jahr intensiv. Es ist ein Herzenswunsch von mir, in mehr zufriedene Gesichter zu schauen, als ich es jetzt mache. Du erkennst ja schon daran, dass dieser Podcast heute länger und auch intensiver ist als sonst. Das Leben ist viel schöner, bunter, glücklicher, als wir alle meinen. Wir müssen es nur erkennen und dann handeln. Also nochmal, wenn du mir sagst, was du brauchst, dann werde ich schnell handeln können. Solange du schweibst, kann ich hier meinen Podcast machen und ich biete einfach so weiter meine Dienstleistung an wie bisher. Du kannst hier aktiv mitgestalten. Und das ist noch ein Punkt, der Erfolg und Misserfolg unterscheidet. Erfolgreiche Menschen gestalten. Die anderen konsumieren nur. Also, was ist dein Mindset? So, nach diesem langen und etwas anderen Podcast sage ich heute, bis dann, der Jan. Vielen Dank, dass du bis hierhin gehört hast. Und wenn dir mein Podcast gefällt, dann würde ich mich über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes sehr freuen. Oder du folgst mir bei Spotify, teilst meine Folgen mit deinen Freunden, sprichst drüber oder du rufst mich einfach an. Für heute sage ich, bis dann, der Jan.